So viele Türen. Gehen wir noch die Zellen. Hey, hey, lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus! Lass mich raus jetzt! Lass mich raus! Ich guck, wo? Was hast du für eine... Was hast du für eine Nummer, dicker? Weiß ich doch nicht! Ich bin in der Zelle, nicht außerhalb von der Zelle! Das ist die Falsche! Ich hab Hunger! Lass mich raus! Alter! Ey! Ich krieg deine Zelle nicht auf! Ja! Freiheit! Meine Kinder! Raus mit euch! Können wir irgendwo essen gehen? Ja, komm! Ich hab Hunger! Komm her raus! Ja, bist du dumm? Hier, hier ist doch die Tür, da wo du reinkamst! Weg, damit! Wo ist das Auto hin? Weg! Perfekt, das kommt wieder angerollt, ey! Alter! Okay, warte, lassen Sie mich einsteigen! Lass Sie mich einsteigen! Lass Sie mich einsteigen! Lass Sie mich ein... Komm! Lass Sie mich doch einsteigen! Aua! Du... Ich kann nicht einsteigen! Ja, du bist zu fett, alter! Ich hol mir ein eigenes Auto! Los geht's! Yeah! Boah, Alter, hab ich Hunger! Was ist so? Alter, diese scheiß Türen! Komm raus! Komm raus! Gucci, Gucci, Gucci! Was? Gucci! Oh, oh! Hallo, hallo! Äh, ich... Einen Moment noch! Ich versuche, meinen Chicken Wing unter dem Schrank herzubekommen! Komm! Was? Komm, komm, komm! Komm raus jetzt! In den Waschbäcken mit dir wegen böse Tat! Guten Tag! Guten Tag! Was wollen, Lendi? Ähm... Einmal ein Menü... Set 2! Okay, Menü 2! Okay, Moment! Tip! 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 Okay! Nur vor Warnung schon mal, das kostet... 167 Euro! Einverstanden? Einen guten Job bin ich nicht! Alter, da! Holen wir vom Boden her! Wir sind in die Friechtöse! Oh! Zu tief! Oh, die nächste Friechtöse! So, einmal ihr Menü! Oh, falsch rum! Ein Moment, ich... Äh... Ja, okay, drüben... Aua! Oh, danke! Perfekt gedrängt sogar! Ihr Menü! Und... Und... Jetzt... Geld bitte! Okay! Geld! Geh! Ich hol jetzt meine Karte aus dem Auto! Okay, machen Sie das! Beeilen Sie sich! So, hä? Hä? Hier liegt ein Baby! Egal, ich zahle mit dem! Da, 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 da! Oh, hallo, hallo! Oh, hallo, sie sind ja wieder da! Zumal, ich habe gerade Flappy Birds gespielt! Ich habe heute verloren, aber ich habe hier, äh, ein Baby, kann man mit dem auch zahlen? Ähm, einen Moment, das muss ich dann, Aua, das muss ich dann aber auch eingeben. Einen Moment! Gute Baby sagen, Bye! Und gute Essen sagen, Hallo! Okay. Ja, ja, ist ein gut... Oh, doch! Gute Essen sagen, gutes Zeug! Ja, jetzt, Baby! Baby, Baby, oh, du bist auch im Wasserhahn gelandet, du kommst auch in die Töse! Gute Nacht, Baby, bis morgen! Mann! Chicken Wing! Ich krieg's nicht hin, das Essen zuerst. Mann! So. Alter! Ist das so hart? Guten Tag! Schmeckt Ihnen das Essen? Nö, schmeckt scheiße, Alter! Okay, sorry! Sieh den Scheiße, Mann! So, Dinger, erst mal Hunger. Hallo! Mann! Mann! Wunder, ich will einen guten Tag! Hallo! Wunder! Einen Moment! Einen Moment kurz! Okay, ist keine Scheibe da! Ja? Ich will was essen! Was denn? Äh, Chicken! Wird gemacht! Mann! Guckst du dir doch! Er hat großen Chicken! Oh, geil! Für Sie! Ja? Oh Gott! Passen Sie bitte auf, die Wand ist teuer! Es ist hart! Das Chicken ist gefroren! Wenn Sie es nicht einpacken, wenn Sie es nicht einpacken können, dann gehen Sie bitte! Gebt! Okay! Geben Sie mir das Chicken! Hier, Ihr Chicken! Oh, warte, ich packe Sie in aufs Auto! Wollen Sie noch ein Getränk oder wollen Sie noch mehr Chicken? Noch mehr Chicken, aber irgendwie kann ich das mal nennen! Eher, noch mehr Chicken! Und noch ein bisschen... Ah, fuck! Noch ein bisschen Chicken! Und... Du hast gesagt... Du hast nicht gesagt, wie viel also... Chicken! 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 Chicken, hier, bitteschön! Bitteschön, hier, schickt! Was machen Sie? Ich würde mal die Scheibe aufmachen, aber es geht nicht! Da müssen Sie sich einen anderen Wagen holen! Scheißwagen, das Ding! Okay! Alter, ich bin zu fett! Aber ich kann Scheibe entfernen! Alter! Ich bin zu fett! Guten Tag! Guten Tag! Ich bin zu groß! Guten Tag! Was wollen Sie? Ihr Chicken ist noch hier! Hier, ihr Chicken! Ja, warte, ich muss um das Auto laufen! Alter! Drecks Auto! Junge! Okay! Ein Chicken Burger! Ich glaube, ich nehme... Ja, ja! Guten Tag! Willkommen beim Treifen! Was ist Ihre Bestellung? Wir sind nicht mal hier! Achso! Ja! Mann! Ich möchte einen Chicken Burger! Ein Chicken Burger! Kriegen Sie hier Handschüttler dazu! Und ich mache Ihnen Chicken Burger! Lalalalala! Okay! Hier ein! Und hier der andere! Oh! Sie haben direkt gegessen! Gute! Einen Moment kurz! Mann! Das hier! Ja! Guten Tag! Ich komme! Ich komme schon! Hallo! Einen Moment! Ich muss Hocker hinstellen! Ja! Kann ich... Ja! Was wollen Sie? 299 bitte! Ich... 699! Wollen Sie das da? Ja! Geben Sie mir das! Okay! Sie wollen also... Okay! Sie wollen Z2 Burger Box! Okay! Klicken Sie! Einen Moment! Setzen Sie sich irgendwo hin! Ihre Nummer wird aufgerufen! Sie sind Nummer 36! Das ist ein bisschen teuer! 107 Euro! Kann man dann nicht... Fast schon! Okay! Ich... Ich warte! Das ist super, dass Sie warten! Mister... äh... 66! Äh... Falls Sie nun mal egal! Kommen Sie! Sie sind der einzige Kunde gerade! Und ähm... Ihre Rechnung ist bitte... 167 Euro! Wenn ich Sie bitten darf! Wenn Sie Karte haben, dann bitte einmal BEEP! Und wenn Sie keinen Karte haben, dann einmal Geld auf dem Batzen! Ich hol kurz meine Karte aus dem Auto! Okay! Okay! Schönes Wetter da draußen, oder? Haben Sie Ihre Karte? Ich hol... Ich suche... Ich suche... Warte! Okay! Ta! So! Ich hab meine Karte! Oh! Sie haben Karte? Ich komme! Wo musst Sie hin? Oh mein Gott! Bürgerrutschig! Wohin? Dann einmal an dieses Gerät da! An diese Gerät da! Nicht hier! Da! Oh Gott! Okay! Legen Sie Karte hier hin! Entspannt hinlegen Karte! Perfekt! Einmal bitte auf die Tisch! Okay! 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 Halten Sie! Wie dreht man? Oh fuck! Kapib! Okay! Dankeschön! Ihr Essen! Ihr Essen! Haben Sie keine Taschen? Ja! Ihr Essen! Ich ess hier! Guten Appetit! Das ist von McDonalds! Nein! Von meiner Marke! McDonalds! Kennt niemand! Hallo! Mit Essen geht man mit Liebe um! Junge! Alter! Was denn? Gute! Was denn? Brauchen Sie Hilfe? Mit Essen? Ich kann füttern! Das habe ich vorher schon gemacht mit alter Mann! Okay! Hier! 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 Tonight! Hier! Hier! Oh mein Gott! Dreckß Essen, Alter! Hallo! Das ist gute Essen! Nein! Das kann man nicht dünnel! Das ist gute Essen!